Lasst uns gemeinsam beten. Vater, dein Vertrauen in mich ist so groß, so unendlich groß. Du würdigst mich total. Du liebst mich so, wie ich bin, so wie du mich schufst. Du liebst mich ewiglich. Du siehst mich nur in Heiligkeit, im Licht der Wahrheit, in der Gewissheit, dass wir all eins sind. Diese herrliche, gegenwärtige Verbindung mit dir, Vater, und mit meinem Bruder ist jetzt. Jetzt ist die Erlösung. Jetzt ist diese allumfassende Nähe gegeben. Diese tiefe, heilige Beziehung. Das Wunder ist jetzt. Vater, alles, was von dir kommt, ist nur Gutes, ist befreiend, erlösend. Ich trete zurück. Mein Herz ist offen. Und ich empfange in diesem Moment all deine Liebe so umhüllend, so gewiss, so aufrichtig. Die Auferstehung ist jetzt. Halleluja! Danke, Vater. Danke, Gott. Danke, Bruder. Amen. Auf meiner Entscheidung ruht alle Erlösung. Auf meiner Entscheidung ruht alle Erlösung. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.